Sie ist die Schwägerin von Andi Borg. Florian Silbereisen, das war seine Freundin vor Helene Fischer. Von 2003 bis 2006 hatte Florian Silbereisen eine Partnerin an seiner Seite. Doch wer war die Frau, die vor Helene Fischer das Herz des Schlagerstars eroberte? Zehn Jahre war Florian Silbereisen mit Helene Fischer liiert. Ihre Trennung im Jahr 2018 kam für viele Fans überraschend, denn die beiden galten als das ultimative Traumpaar der Schlagerbranche. Doch Helene Fischer war nicht die erste Partnerin an der Seite des Moderators. Bevor er auf die Musikerin traf, hatte er bereits eine dreijährige Beziehung geführt, und auch seine damalige Freundin war keine Unbekannte. Wir haben uns immer noch lieb. Kurz nach der Jahrtausendwende überschlugen sich die Ereignisse in Florian Silbereisens Leben. Mit Florian Hut und Wanderstock bekam er 2002 seine erste eigene TV-Sendung. In dem Format begab sich der damals noch langhaarige Sänger auf Wandertour und traf dabei auf andere Wanderer und Volksmusik-Fans, die interessante Geschichten zu berichten wussten. Die Show kam so gut an, dass Silbereisen nur zwei Jahre später die feste Shows von Carmen Nebel übernahm, das bisherige Highlight seiner Karriere. Nur ein Jahr später wurde sein beruflicher Erfolg von privatem Glück gekrönt. Zwischen 2003 und 2006 war Florian Silbereisen mit Michaela Strobel liiert. Seine damalige Partnerin ist ein Mitglied der Familie des Schlagerstars Andy Borg. Die beiden sind verschwägert. Borgs Frau Birgit ist die Schwester von Strobel. Nach drei Jahren Beziehung trennten sich die Wege von Florian Silbereisen und Michaela Strobel jedoch. Wir haben uns immer noch lieb, aber wir konnten es einfach nicht mehr ertragen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben, auch wenn die heile Volksmusik-Szene das gern gesehen hätte, erklärte der Entertainer wenig später bei Bunte. Nach der Trennung wurde es still um Michaela Strobel. Laut Medienberichten soll die Rechtsanwaltsfachangestellte 2014 geheiratet haben. Auch im Beziehungsleben von Florian Silbereisen ist seit dem Liebesaus mit Helene Fischer wenig los. Der 42-Jährige stört sich jedoch nicht an seinem Single-Dasein, alles hat im Leben seinen Sinn. Deshalb lasse ich mich leiten. Und wenn Gott will, wird es irgendwann so sein, so Silbereisen 2023 in einem Bunte-Interview.